und willkommen zurück zu let's play resident evil weil wir lernen dass wir stehen wir sind ja ein bisschen drauf werden das scheiß hunter und ja man hat das natürlich wieder gut machen oh yo calm down what's wrong with me something i don't know it's like something hit me what look i just got hit it was the invisible man or something i'm sure of it oh it's a heart it disappeared now i get what happened on the security piece that was the ghost it's a new type of hunter thanks for the explanation did i mention this blow how do i know where to shoot if i can't see it oh oh come here Wow. Aua, war unsere erste Heilung. Aua. Aua. Aua, war unsere zweite Heilung. Aua. 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 Du glaubst. Aua, mein, mein, mein. wenn er auf hat auch gerade ein der quint die kämmerin haben wir schon mal die weiterverheilung gewesen haben wir sie in fünf schuldigkeiten gelernt aber da drauf geht drauf geht aber mehr willst du jetzt nicht drauf eingehen wenn man erfahren hier vor grad sagen uns jetzt wie scheiße lande hier noch ist ja typisch selbst aussage wie chris das ist eine dritte aussage ich muss Oh mein Omo, ich kann das kurz aufbauen. Das ist doch einiger. Ich bin der Telefon, Lord. Ich werde etwas anderes probieren. Nein, du bist gut mit den Maschinen. Die Frau, auf der andere Seite... Grinder! Was ist passiert? Wir brauchen einen Kontakt zu HQ ASAP! HQ hier. O'Brien spricht. Das ist Jackass. Ich habe die Koordinaten auf dem Land. Ich werde sie jetzt senden. Gut, das ist Musik in meinen Augen. Gut. Ich habe die Koordinaten wie das. Ich könnte die Zeit zu verabschieden, die letzte Reihe, aber das würde zu lange dauern. Das ist warum ich gesagt habe, ein guter. Du wirst nicht verstehen. Ich habe nichts zu verabschieden. Wir sind nicht die einzige, die zu suchen. Warte. Was hast du gesagt? Du sagst, Beltro ran von ihren eigenen Husten? Und jetzt suchen sie ihren eigenen Schiff? Das ist das, was ich sage. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Infos, die ich habe, ist für reale oder nicht. Great. Also haben wir wirklich keine Ahnung, wer wir gegen uns sind. Genau. Und das ist ein Stück von der Puzzle, die wir wirklich brauchen. Chris hier. Ich habe die Koordinaten. Das ist nicht weit. Wir können da sein in kein Zeitpunkt. O'Brien, wir sind auf der Weg. Wir sind auf dem Weg, ja. Wurde brauchen wir Zeit. So. A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B. Das ist doch Bullshit. Oh, Mann. Wieder was direkt gegen. Vorher auf Resident Evil Revelations. Was hat dich zu tun, Solar? Ja, zumindest sind wir hier. Was ist mit Belcher? Oh. Wir sind in die Ziele. Es ist ein Token. Das bedeutet, dass wir die Daten auf dem späteren können. Was ist passiert? Boss, haben Sie gehört von Jill und Parker noch? Unsere Investition hat sie rausgebracht. Wir haben nicht verstanden. Das ist Jackass. Ich habe die Koordinaten auf dem Hecht. Ich werde sie jetzt senden. Das ist nicht weit. Chris hier. Ich habe die Koordinaten bekommen. Wir sind aus der Zeit. Wir sind weg. Brian. Wir sind weg. Na dann. Können wir zu einem guten Kussspiel. Tats und Maus. Sehr spannend drauf. Ach, ich musste auch drücken. Sehr, sehr sinnvoll. Mensch. Warum gehen die Fremdsrauben drunter? Das hasse ich. Das hasse ich so dermaßen. Ein bisschen mehr. Endlich da. Und da. Erst geht's da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm? Ah, ist auch mir durchgebracht, oder was? Oh, ein bisschen nachschauen, wenn es schlecht ist. Okay. Oh, Madame ist nicht mitgekommen. Das hat Russ nicht gewacht. So, ojejeje. Leck, leck, leck. So. Oh, das ist ein Scheiß. Hier kann man doch. Mal sagen, wir sind einfach hier aus dem Acker. Vom Acker. So. Beschissen jetzt, ey. Den Poolskanade. Okay. Komm, schnell lang, okay. Ich muss fahren mal kurz die beiden finden. Sonst nippeln die mir noch ab. Weih, weih, weih. Wie kommt das am besten in die Kehra von hier? Hm. Ich war irgendwo. Hey, wo das ist? Ich bin vollen Mann. Hm. Ich bin vollen. Ich bin vollen Mann. Ich bin voll und ich berühne. Wann ist es einfach wieder. Und ich bin voll. Komm komm Christ, gib Yumi, kann doch wieder wachen. Hübsch hübsch. Komm natt schneller und hört geruckel auf hier. Ich glaube, dass es ein Problem mit den Motorrädern gibt. Ich wäge, dass sie in dem Schiff in der Luft, sie wieder zu gehen. Das macht Sinn. Wir gehen da jetzt. Komm, lad doch. Wunderbar, ich hoffe, ich gehe überhaupt nicht auf dem richtigen Weg. Ja, wunderbar. Ich bin sicher, dass es etwas in da ist. Oh, nööööö. Zappen, jitten. Komm, was halt jetzt zwei vom Typen würdest. Verdammt, Hacker. Komm. Gleich dich. Guck, was ist man aus dem Maul hier? Was ist das für Bullshit? Keine Kriegsbeute. Das wird schon aber unkür. Reizer? Da. Weiterschlüssel. Wunderbar, das geht doch nach unten. Ah, hier nicht. Ah ne, hier. Ich glaube, hier war auch. Und. Nicht. So, ist weg. Bei der Griselle. Macht bumm. Was ist nicht gerade sehr gut. Aua. Aua. So. Oh. Oh, es ist weg. Haha. Oh. Oh, man. Oh, der war aber. Der war aber Schnelldauern. Komm. Komm. Knapp nach. Chris. War gerade ein querschläger. Oh, die Folge ist auch schon vorbei, sehe ich gerade. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wenn das gefallen hat, schau morgen wieder ein. Machen wir morgen wieder weiter. Bis dahin. Ciao.